Daily Vlog 12 präsentiert euch eine Maus Production in den Hauptrollen Cookie. Booyah, Booyah, I am the star, ja? Chili. Also ich, das ist was Mäuseschändung, macht ja Spaß du Penner. Und Horstie. Äh, guckt mal, da steht Horstie. Ah, das bin ja ich, äh, äh. Und nun, viel Spaß. Booyah, ich krieg'n Antwort, jetzt filmt der Penner und sie auch noch, meine Fresse, nirgends ist man sicher. Was, hier wird gefilmt? Ja, ich will nie filmen, ich will nie filmen. Äh, sag mal, was ist denn ein Film? In einem Film war für ein ganz großer Star und kommt ganz groß raus, so wie ich guck, ich bin der Star. Ja, ein scheiß starben Starlöhn. Ich war dafür professionell drei Jahre auf der Schauspielschule und bin der Süßeste von uns allen. Und welche Rolle hab dann ich? Die rieb irgendwie nach Speck. Ist hier Speck? Speck? Das ist eigentlich so, was du hier riechst, ist dein Arsch, du Penner. Geh dich mal waschen, du stinkst bis zum Himmel. Ja, aber, aber irgendwie könnte ich trotzdem wetten, dass es schnell Speck gibt. Lieb ich ihn doch. Ja, Tingo, mich, 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 sagst du, Film, Film mich doch mal. Guck mal, wie ich mir das jetzt nehme. Ja, ja, jetzt hab ich das. Und jetzt filmst du dich von hinten. Denn von hinten sieht ja im Allerbesten aus. Das ist nämlich meine Chokoladenseite. Oh, oh, ich glaub, ich bin ein bisschen dick geworden. Etwas fett vielleicht im Lüften. Aber, aber, dass ich eigentlich mit dem Sport wegmache. Hallo, ich bin auch ganz sportlich. Ja, und wie du, wie du, ich bin eben der Aller Süße. Ja, so, und, und, ja, ich hände auch ein bisschen. Ja, so, hui. Ja, ich bin universal einsatzbar. Ich bin eine ganz große Schauspielerin. Hui, ich hoppel wie ein Hase. Na, ist das gut so? Hey, du, schsch, schsch. Hey, hey, du, ja, hier, wenn du mich bald die Kamera wegnimmst. Ich sagte, ich spring dir ins Gesicht und der Kratz will ich immer fresse. Ah, nimm doch einfach das scheiß Ding aus anderm Käfig. Ich hab die Schnauze voll davon. Ich geh jetzt wieder rein. Hm, dann komm ich eben raus. Hallo, Leute. Und tschüss. Ich kann wirklich alle Rollenspiele. Zum Beispiel, äh, ein Detektiv. Guck, hier, der, der Verbrecher ist eindeutig hier rüber. Oh, und jetzt bin ich ein Actionheld. Jetzt bin ich James Bond. Hui, ja, und ich renne hinterher. Ich renne, renne, renne. Und jetzt was Süßes. Ähm, 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 ähm. Guck, hei da. Hi, hi. Psst, hey, Brillenschlampe. Du bist der Helmut noch hier. Boah, komm her, ich pull jede die Flüsse. Ja, komm an. Ja, das reicht. Jetzt, jetzt, jetzt hole ich einfach meinen Baseballschläger. Da muss doch irgendwo sein, wo, wo ich halt einen, mh, verdammt kann ich nicht finden. Ich weiß auch nicht, wo der Baseballschläger ist, aber wenn du steckst, den kannst du dir gerne mitbringen. Boah, Horstie, halt doch einfach nur die Fresse oder ich peisch dir ins Ohr. Schrotgewehr, Butterfly-Messer. Äh, da ist er ja, da ist der Baseballschläger. So, Freundchen, jetzt mach dich frisch. Jetzt hau ich draus. Hoa, Vogel, 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 entdeckung. Wo ist das Hähnchen? Hier? Ho, nom, 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 heut gibt's leckere Hähnchen. So, du, jetzt, jetzt, wo der Vogel weg ist, jetzt kannst du über Trennenscheißkinder alleine, hab keinen Bock mehr, ich hau hier einfach nur ab. Ciao.